und wie läuft es sonst so? 80 prozent haben wir irgendwas liegt da drinnen da liegt irgendwas müssen wir das nicht machen 18 prozent das ist die, die lag da fertig fertig okay, jetzt kommt es durch oh, die sind lauter Erzvorkommen, aber die sind alle irgendwie unterirdisch was ist das denn da? den Texte der hat, das sieht so komisch aus der sah ja komisch aus guck mal, hier ist ja sogar eine Höhle mhm hm 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 Ich will ein bisschen auf die Kacke hauen, alles klar Ich kann nicht angreifen, dieses Ziel kann ich nicht angreifen So ist aus ich bin außer reichweite mit es ist sie können ja auch einfach mal sterben dann können wir weiter sie gibt es da keine anzeige von dbm oder ist es nicht keine ahnung hündel denn auch mal erinnert mich an heimdall ist da alles zu angelehnt da hier ich bin dann so ein drache aber von wo kommt der weißt du noch wie man eigentlich war man ehrlich gesagt war es früher eigentlich besser wenn du da irgendeinen scheiß bekommen hast wenn du nicht gebraucht hast dann hast du mehr gold bekommen als hier 5 gold für den bosskampf ja ich meine ne pff wo So Schaut doch mal aus, da ist ein Blitz hier Oh Alter Vernervt oder? Mhm Schade Ups Du musst du erst etwas anvisieren Sch Ach der ist ja schon unter 10 Das will Deswegen haben wir untersucht die KG Hast du gesehen wie der springt? Nö Ist nicht so drauf geachtet Hehehe Er zuerst steht da und ich les atzen Das ist ein Boss, ja zwar nicht im Boss hier, ne? Das sieht aber dann noch aus, oder? Ne, ich glaube das ist ein Quest-Typ. Ach, das sind das. Ach, das da mit dem Pio. Ne, der pult alle, ja? Ich weiß. Du musst ja gegengelaufen, ey, was soll das? Ja, ich hab jetzt auch noch welche gepult. Ich bin ja gleich tot. Oh Gott, hab ich ein Glück. Ist das doof? Muss ich hier, äh, schon mit einmal Brose verbrauchen? Diese Kacken hier? Ich bin mal kurz vor Tod hier, ne? Ich hasse das, nur weil sie sich freuen, dass sie hier 110 sind, hier auf die Kacke hauen können, dass sie nicht bedenken, dass andere eben noch nicht 110 sind. Ich werde diese Hallen selbst von ihrer Makel befreien. Oh, der muss in den Lappen, ne? Das Ritual ist nicht beendet. Nehmt euch der Eindringlinge an. Das erinnert mich so hier an ein heldenhafter Sprung und wie zum Krieger, so, ne? Na, vielleicht haben das, äh, DDs. Was für ein Feuer? Ich weiß nicht, womit ich umbrechen soll, wenn ich... Immer noch will Magie aufzehren. Achso, das, okay. Oder Teufelseruption oder Chaos Nova. Chaos Nova? Chaos Nova? Ja, was aussieht, was aussieht wie beim Hexenmeister, diese, diese eine Blitzzauber, da war dieser... Chaos Nova. Ach, das ist da. Ne, Chaos, Stoß hab ich. Ich hab keine Chaos Nova. Ich bin fast zumindest drei Möglichkeiten zu unterbrechen. Okay. Ja, cool, ne? Ja, ich guck mir das an. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ihr entweigt dieses Ritual mit eurer Anwesen, neue Sterbliche. Ich glaub, mein DBM funktioniert nicht. Hm. Meine auch. Scheiße. Heißt, aktualisieren? Ich hab schon gewundert, ey, ich krieg hier keine Anzeige mehr für gar nichts. Jetzt fällt's mir das richtig auf. So, und er ist fertig. So, und er ist fertig. Ihr werdet Hylias Aufstieg nicht stören. Scheiße, Mann. Da fällt doch auf, was eigentlich so ein Hilfsprogramm ausmacht, ne? Mhm. Wenn man's gewohnt ist. Hier wird mir gar nichts mehr angezeigt. Ne, mir auch nicht. Ich glaub, das ist veraltet und wir haben einfach nur kein Nimmungsbekommen. Aber auch, äh, hier an der rechten Seite diese Teile, wo es gezeigt wird, wie viele Boster da sind oder so. Na doch, das hab ich nur. Ich mein, hier weiß man nur, wenn Blase erscheinen, reingehen da, ne? Das kann man sich noch halbwegs merken, ne? Aber so Sachen, die man jetzt nicht unbedingt offensichtlich sieht, so. Muss man diesen Ding da nicht, irgendwie? Was? Das, was hinter uns steht. Was ist das? Nein, geht doch nicht. Soßen oder widerreißen. Ich glaub, die dürfen nur nicht so eine Verbindung eingehen hier. Also muss man die irgendwie hin und her ziehen, aber ich weiß es auch nicht mehr genau. Ich weiß es auch nicht mehr, wenn ich nicht mehr hinfahreißen kann. Ich habe gar nicht so buff bekommen wie ihr da, was ist das denn? Ich habe sie nicht so buff, dass man schneller läuft, doch ne? Es gibt ja so ein... beim Kochen kannst du das lernen zu machen, wenn du einen Gegner tötest, dass du danach schneller wärst Weiß ich nicht, ob es sowas gibt Shit Kacke, wenn man hier nichts bekommt und das wird ja scheiße beim Bosskampf Weißt du, wenn man da hier und da reingehen muss und wir das einfach nicht wissen Ja, hier mich mal, Mann Es ist so schlimm, wenn man das gewohnt ist, wie man einfach alles mitnimmt hier so, ne? Mhm Oh, scheiße Eigentlich schlimm, wenn man das schon... wenn man so darauf angewiesen ist schon, ne? Mhm Oh, wäre schon wieder död Oh, oh Oh, 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 ja Der ist wie schlimmer als die anderen Bosse Und der ist nicht mein Boss, der Ficker Boah, man! Ich krieg immer noch Schaden hier, weil ich immer noch in den Kack drin bin Wer ist denn tot hier? Achso Willst du reparieren oder was? Ne, der brüllt ja schon wieder alles hier Das ist so ein Depp ey Ja, jetzt werde ich noch angegriffen, echt Der macht auch das Maul nicht auf Alter Oh, ne, das mache ich nicht mit Nö Trotzdem sterbe ich Ja, weil dieser AOE für alle gilt, glaube ich Irgendwie Ich habe ja nur noch 42.000 Leben Und gleich kommt dann so ein Scheiß wie Upsi oder so ein Kacke Ne, dann wird das heißen Kein Schaden Okay, ich mache kein Damage oder so ein Scheiß ey Ach, ich mache Veräuchter Tank auch tot Das ist wieder dieses typische Beispiel von Größenwahn, wobei sie ein bisschen Platte tragen, weißt du So, müssen wir alle resen jetzt oder was hier So, schlappig sein So, fettig Was, Anale Fick dich Tank Kannst mich mal am Arsch lecken Was hat der geschrieben, Anale? Der ist ja nicht bei uns, das ist so, wir wollen kurz irgendwie in, äh, aushalten Das geht so lang, oder? Ja, links Ey, grad mal alle da, ne? Die zwei sind zusammen, ne? Welche? Nachtelfe und Also in... aus einem... Ne, was ist das? Oh man, Server Alter Alter, ich... Ich war grün Du? Mhm Gott, noch drei Posten Ah, jetzt kommt die... Weißt du, wer jetzt noch kommt? Äh, äh Ja, jetzt kommt ja noch dieser Scheinwolf, der erinnert auch noch Abbaunt und so Und der pult ja schon wieder alles mögliche Alter, was soll das? Lass mal den Tank sterben, äh Ja, wir haben uns auch noch das Schwert, dadurch dass er alles mögliche pullt und dann halt noch, äh, alle ihre Bruneffekte rausknallen Das ist zu weit entfernt Der Oh ja! Äh Da ist eh komisch Scheiß Bäume, Alter Oh, alter Neff das Was, was, was Wie soll ich denn kämpfen, wenn ich weggehen muss? Weißt du? Woher willst du wissen, dass du weggehen musst? Ich denke, du kriegst dich angezeigt Doch, ich krieg dieses rote Kreis Das kann ich nicht angreifen Rot, wenn ich da rausgehe, dann ist es grün Das krieg ich Ob das... Ob das heißt weggehen? Jetzt hab ich jetzt die ganze Zeit Ah, fickt euch, ey Die Affen Wenn jemand übertankt, der schafft das Scheiße, echt jetzt Ich geh gleich raus Ich hab keinen Bock mehr drauf Stell dich durch Äh, ne, mach hier diese Dingser Kann ich nicht mehr, hab ich eben gemacht Freude, Freude, Freude Und der Denkel ist auch gleich tot Warte, und wir bauen's Ich will nur warten Und sonst so Ich verstehe Ich verstehe Ich brauche ein Ziel Wird dich nicht geheilt? Oh Geil Also Pfffotzen, ey Oh Du brauchst dir niemanden, Entschuldigung Ist doch egal, mittlerweile Zwei Sein Sein